Servus Leute, hier ist wieder Ölboompower und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witness. Ja, Wochen sind seit der letzten Folgen vergangen, ich hoffe ich kann es einigermaßen noch. Wir sehen hier ein großes Chaos und das ist auch definitiv nicht leicht zum lösen. Letztes Mal haben wir hier die verschiedensten Rätsel gelöst und zwar die echt auch sehr dynamisch waren. Empfiehlt sich auf jeden Fall mal rein zu gucken. Und ja, hier ist ja, wie man ja schon hier erkennen kann, die Schwierigkeit, okay, was ist jetzt genau eigentlich wo? Das ist so ein bisschen Ratespielchen fast schon. Also wir haben hier unten ein schwarzes Pünktchen und hier unten ein schwarzes Pünktchen. Hier ist eins und dort ist eins. Wir müssen zum einen hier vorbei und da vorbei. Und wir haben hier noch ein weißes Pünktchen, genauso wie hier. Habe ich welche übersehen? Ich hoffe mal nicht. Das heißt, ich kann prinzipiell mal so machen. Hm, nein kann ich nicht. Das ist nämlich dann schwierig. Nee, das ist auch ein bisschen blöd. Dann machen wir es halt mal so. Ähm, das ist auch blöd. Dann versuchen wir es so. Und gehen dann hier durch. Passt, perfekt. Ich habe tatsächlich alle geschafft, gleich auf den ersten Versuch. Ja, perfekt. Okay, wir haben hier ein... Oh Gott, was ist das? Ist das ein Dreieck oder ein Viereck? Ich hoffe, dass es so ein Viereck darstellen. Also vier Quadrate zu einem größeren Quadrat. Entsprechend formen. Wir haben hier ein schwarzes Pünktchen, dort ein schwarzes Pünktchen, hier ein weißes, hier ein weißes und hier habe ich ja bereits schon drüber geredet. Ja, was heißt das für uns? Wir brauchen zum einen mal so. Und dann müssen wir einfach noch hier runter gehen. Passt, perfekt. Ach, du Heilige. Was soll das denn, wenn es fertig ist? Ach, okay. Der vervollständigt die immer. Wenn ihr mal genau hinguckt. Guckt zum Beispiel mal auf diese grüne Stelle. Die wird jetzt weiß. Und dann wird die andere Seite mit angezeigt. Oh Gott, Hilfe. Okay, ich muss hier dran vorbei. Ich muss aber auch hier durch. Das sehe ich auch. Hier ist ein weißer Punkt, hier ist ein schwarzer Punkt, hier ist ein weißer Punkt, hier ist ein schwarzer Punkt. Und hier muss ich auch noch durch. Nee. Hier ist ein schwarzer Punkt. Einfach. Da kann ich nicht durch. Sonst sehe ich keine Punkte, wo ich durchfahren muss. So, und jetzt wird es schwierig. Ich versuche es mal so. Und so. So habe ich die beiden abgegrenzt. Boah, Alter. Jetzt wird es langsam richtig grell. Noch zusätzlich mit denen. Und vor allem jetzt auch richtig schwer. Ähm. Vielleicht so. Das ist schwierig. Aber ich glaube, ich habe gerade noch eine andere Idee. Nee, die Idee kann ich leider nicht umsetzen. Das wird zu sch... Oder doch? Nee, die kriege ich nicht umgesetzt. Verdammt. Boah. Vor allem ist es langsam richtig ätzend, da hinzugucken. Boah. Das tut den Augen ja auf Dauer weh. Die ganze Zeit der Unterschied zwischen schwarz und weiß. Boah. Das heißt zum einen mal die ganze Zeit dieser krasse Unterschied, das Anstrengende und dann auch noch... Ui, Spiel. Das war jetzt eine stilistische Kacke. Ja, hier ist ja einer, hier ist einer, hier ist weiß, hier ist weiß, da ist weiß und da muss ich durch. Das sind die puren Fakten. Das ist nur die Frage, wie. So wäre das Weiße schon mal weg. Ja, so kann ich aber schlecht machen. Ich muss das Schwarze da irgendwie wegbekommen. Warte mal. Und wenn wir das komplett hier unten abgrenzen? Dann könnte es vielleicht so klappen. Boah, Alter. Endlich, ich bin durch. Boah. Guck bitte nicht nach rechts. Das ist hart ätzend. Okay, und hier erkennen wir quasi gar nichts, aber es ist zumindest deutlich angenehmer für die Augen. Äh, schwarz, ein Punkt zum Durch, ein Punkt zum Durch. Weiß, schwarz, weiß, schwarz, weiß. Das heißt, einmal weiß abgrenzen. Einmal weiß abgrenzen. Und jetzt wird's schwierig. Müssen wir vielleicht schwarz abgrenzen. Ist leichter. Oh ja. Ach, ich muss da durch. Verdammt. Hm, hm. Ja, das macht's nicht unbedingt leichter. Weil dadurch ist weiß und schwarz auf jeden Fall gegeben, wenn ich nicht so mache. Und wenn ich so mache, na gut, dann habe ich denselben Aspekt wieder, dass ich dann nicht zurückkomme. Außer ich mache so. Oh, das ist jetzt, äh, das ist jetzt nicht so leicht. Das ist jetzt, äh, wirklich nicht leicht. So kann ich aber auch nicht machen, oder? Doch, das funktioniert. Die Art und Weise habe ich alle voneinander getrennt. Oh, perfekt. Huh. Okay, das ist, äh, das ist hart gewesen. Jetzt habe ich die beiden mal gelöst. Jetzt muss ich noch schnell zum anderen rüber. Jetzt muss ich irgendwie das Rätsel lösen, mit den entsprechenden, ähm, na, wie soll ich sagen, äh, mit den Wegfindungen, dass ich da auch hinkomme. Weil das ist nämlich nicht ganz unwichtig. Hm. Wie komme ich da hin? Vor allem muss ich aber auch ganz normal noch die Rätsel lösen, ne? Das ist ja auch nicht ganz so einfach. Aber es scheint da auch wirklich noch ein Weilchen runter zu gehen, ne? Bis wir da mal am Ende des Spiels angekommen sind. Durch die Tür komme ich nämlich noch nicht. Ich muss zuerst da hin. wieder voll dramatisch. Aber das geht wirklich auf links und auf rechts. Ne? Ne? Stereo-Kopfhörer. Ahoy. Ich darf eigentlich irgendwie nicht durch die Mitte, ne? Ich kann nicht springen. Das heißt, ich muss da rein. Das ist blöd. Das ist richtig blöd. Aber wie schaffe ich das zu lösen, ohne durch die Mitte zu müssen? Ja, eben. Also, es befindet sich wirklich hier. Dieser böse Block befindet sich hier. Das ist kacke. Weiß und schwarz voneinander zu trennen, ist prinzipiell jetzt eigentlich nicht so die schwere Aufgabe. Ne, da komme ich da nicht rüber. Ich muss den kompletten Weg gehen können. Puh. So kann ich ja komplett vergessen. Da laufe ich ja direkt drauf zu. Von der Seite dadurch... Oh Gott, Hilfe. Wie soll das denn gehen? Ich bin hart verwirrt. Ich weiß nicht, ob das geht. Da ist auch noch ein Rätsel. Ich weiß aber nicht, ob das optional ist oder ob man das vielleicht dadurch irgendwie das Ding da eliminieren kann. Machen wir mal einen normalen Weg, dass wir da hinkommen. Äh, und zwar so. Versuchen wir es einfach mal. Im Prinzip ist es ja halbwegs egal. Wie wir das machen. Hauptsache wir kommen da irgendwie hin. Miau. So. Weg ist gegeben. So, ich weiß nicht, ob das optional ist oder ob das sein muss. Wenn es optional ist, hilft es uns natürlich nicht viel weiter. Aber ich hoffe irgendwie, dass das Ding dann aufgrund dessen runter bricht oder so. Dass wir dann halt einfach den Weg weiter gehen können, den ich gerade gemalt habe. Ähm, hm. Hm. So. Das müsste ich dann so machen. Da hoch. Und ab jetzt wird es blöd, denn so wird es gehen. Gott, Hilfe. Ich komme da gar nicht in den Winkel hinter. Oh, das heißt, ich müsste den Weg noch ein bisschen anders bauen. Ich muss da von der Seite kommen. Äh, das bedeutet, ich müsste den so bauen. Das ist schlecht. So macht man das nicht. Muss ich so machen. Okay, so ist gut. Ähm, jetzt ist das Ganze noch abgedeckt und fertig. So, da gibt es ja dutzende Möglichkeiten, wenn man diesen Weg fertigstellen kann. Aber wir müssen irgendwie in den richtigen Winkel kommen. Das heißt, von hier. Sonst können wir das gar nicht lösen. Puh. Ähm. Hm. Hm, 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 hm. Nicht leicht, du. Nicht leicht. Wenn wir einfach hochgehen. Hier direkt runter. Und so machen, das ist auch schlecht. Hm. Ich muss irgendwie den Schwarzen da unten abdecken. Sonst funktioniert das nicht richtig. Jetzt könnte es vielleicht klappen. Indem ich jetzt hochgehe. Dann wieder runter und so mache. Ach, Mist. Ich muss eins weitergehen. Oh Gott. Wie soll denn das dann bitte gehen? Hilfe. Ähm. Hallo? Ich bin da unten, bitte. So. Moment, das heißt, ich muss so machen. Wie soll das denn dann bitte gehen? Ich kann die auch nicht voneinander... Ich kann die doch auch nicht voneinander trennen, oder? Dass ich dann sage, bei dem Vierer hier teile ich einfach in der Mitte. Dass dann zwei oben und zwei unten sind. Ich weiß nicht, ob das geht. Wir probieren es einfach mal aus. Weil dann wäre es ja in der Hinsicht sogar fast einfach. Ich sage bewusst fast, weil... Weil das dann gar nicht geht. Okay, das kann schon mal gar nicht gehen. Wenn es nicht geht, dann ist es falsch. Auf jeden Fall. Okay. 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 Wenn ich es so mache. Ja, aber dann kommen wir nie wieder hoch. Das ist kacke. Vor allem... Hä? Wie soll das gehen? Ich verstehe es nicht. Hä? Inging gut. Okay. Hm, okay. Zugegeben, ich musste jetzt gerade mal in die... Ich habe jetzt mal ein bisschen nachgedacht und gleichzeitig auch versucht, die Komplettlösung zu verstehen. Für alle, die die ja noch nicht Bescheid wissen. Ich arbeite teilweise an manchen Stellen mit ihr. Oh, und dann bin ich sogar zu blöd, die einfach nachzuzeichnen. Alles klar, läuft bei mir. Ja, es macht schon Sinn. Ich habe mich mal wieder auf eine Möglichkeit versteift, dass die entsprechend nur so sein kann. Aber, ja, blöd. Okay, ähm... Ist das optional? Ich weiß es nicht. Also ich meine, es hat ein Kabel ausgelöst. Ist da irgendwo noch ein Rätsel? Rätsel? Hallo? Wo geht denn das Kabel hin? Ach, da hin. Ah, da liegt ein Rätsel. Okay. Dann müssen wir nochmal zurück und dann entsprechend die Bahn wieder fahren. Puh! So viel Stress am... So viel Hirnstress am Morgen. Das ist der absolute Wahnsinn. So. Schönen Vierer zurück. Hier wieder die schönen Bahnen fahren. Und zack. Zum Glück ist das Rätsel zumindest leicht, wenn wir da jedes Mal schon dran knobeln müssten. Ah, ja, guck mal an. Da, das ist schon eher. Hm, okay. Was haben wir denn hier? Wir haben hier wieder schwarz und weiß. Und die entsprechenden Formen. Also es muss das Dreieck entweder so liegen. Oder es müsste hier so liegen. Hm. Wie kann man es besser malen? Äh, das kann schon mal nicht sein. Fällt mir gerade so am Rande auf. Das kann so nicht sein, weil, äh, weil ist so. Ähm. Wenn ich es so mache. Okay, das ist blöd. Das funktioniert nicht. Dann machen... Dann gehen wir hier einmal komplett runter. Wieder komplett hoch. Dann hier rum. Dann grenzen wir das wieder ab. Äh. Ja, okay. Dann grenzen wir das wieder ab. Geh weg. So. Und... Ach, das ist ein Dreier. Ach, genauer hingucken, äh, empfiehlt sich grundsätzlich schon. Okay, das heißt, dann wird es auf der anderen Seite tatsächlich doch gehen. Außerdem... Oh, außerdem ist es nur ein Zweier und kein Dreier. Also ich habe es genau miteinander verwechselt, so ungefähr. Äh, na gut. Das heißt, wir könnten es grundsätzlich schon hier machen. Dann würde es schon gehen. Hm. Wäre aber tatsächlich blöd für das Ding da oben. Warte mal. Eins, zwei, drei, zwei hoch, zwei runter, weg. Und das abgegrenzt. Funktioniert? Ha! Und das ganz alleine. Oh! Das war die Lösung. Und wie komme ich dann hier rein? Wie komme ich zum Geier hier rein? Vor allem, weil ich auch da rein muss. Nur mal so ganz am Rande erwähnt. Jetzt habe ich nämlich die zwei Rätsel gelöst. Okay. Ähm. Und hier drin so? Gibt es wirklich eine Möglichkeit? Ich hätte gedacht, das kracht dann so runter. Aber nee, stimmt. Da ist ja noch das vierte Ding gewesen. Oh Gott, Hilfe. Wie komme ich da rein? Huh. Huh. Ich glaube, ich habe das Rätsel des Lösungen gefunden. Ich will bestätigt werden. Ja! Unglaublich. Alter, okay. Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Dass der Kasten tatsächlich durchgängig ist. Ich bin ja drauf gekommen, aber... Wow, okay. Krass. Ja. Na gut, dann... Ist jetzt nur die Frage, wie wir das entsprechend lösen. Dass wir da durchkommen. Das müsste ja dann entsprechend dieser Weg hier sein. Der hier. Ähm. Und wie geht das? Also, diesen Weg hier zu fahren. Wir müssen doch irgendwie das hier bestätigen, oder nicht? Ach, Moment. Nein. Wir können doch einfach auf den Weg dann drauf gehen und dann da drüben weiter gehen. Das würde gehen. Also, dass wir dann sozusagen hier die Linie durchziehen. Aber dann hier einfach wieder hochgehen. Da würde er auch gehen. Das heißt für uns... Das heißt für uns... Was heißt das für uns? Ich muss da irgendwie reinkommen. Das ist jetzt die große, große Frage. Also, hier müssen wir rein. Und am idealsten so rüber, ne? Da funktioniert er halt nicht, ne? Alternativ wäre noch das möglich. Dass wir dann sozusagen einfach auf die drauf gehen und so machen. Das geht halt so auch nicht. Aber wir müssen so runter kommen eigentlich. Damit wir da irgendwie drauf gehen können. Ach, Moment mal. Warum eigentlich mal wieder so versteift? Warum müssen wir eigentlich von oben da durchgehen? Wir können doch eigentlich auch genau hier von der Seite dann da durchgehen. Das ist nämlich auch eine Möglichkeit. Ah. Ich muss einfach mal wieder meinen... Äh... Meine Denkmöglichkeiten erweitern und nicht immer auf eine versteifen. Denn es gibt hier auch... ...mehre Möglichkeiten. Ja! Oh mein Gott. Also wirklich jetzt. Heiei, heiei, heiei. Okay, jetzt sind wir endlich in dem Raum. Wo wir schon von Anfang an rein wollten, aber... Oh, bis man mal die Lücke erkannt hat. Oh Gott, nein. Jetzt ist da was dazwischen. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Das könnte sich jetzt als ziemlich schwierig hinpuppen. Und zwar ist es richtig, richtig schwierig. Ach so, haaaah, Moment. Wir haben hier wieder so ein, ähm... Mh, okay. 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 Ähm... Weiß abgrenzen. So funktioniert das nicht. So funktioniert das nicht. Komplett schwarz und weiß darf nicht in einer... ...in einem Kasten sein. Also... ...irgendwas in die Richtung müssten wir machen. Hier kommen wir ja nicht durch. Aber so funktioniert das auch nicht. So auch nicht. Was vielleicht eine Möglichkeit wäre, ist, dass wir versuchen, auf die jeweils andere Seite rüber zu kommen. Dass wir versuchen, irgendwie so zu machen. Moment. Gott, Hilfe. Wie soll denn das gehen? Ne, das funktioniert gar nicht. Oh Gott, doch. Das funktioniert. Oh mein Gott. Alter, wie... Wie tricky ist das denn? Das geht halt einfach. Weil... Schaut... Schaut euch das nochmal an. Ähm... Wir kommen mit der gespiegelten Linie da unten durch. Wuhu... Alter, okay. Das ist geil. Das ist richtig geil. Ähm... Das ist blöd. Das sollte ich eigentlich nicht machen. Die Frage ist halt wirklich nur, wie kommen wir... ...da easy rüber. Und das ist halt wirklich überhaupt nicht easy. Vor allem, weil wir dadurch irgendwie automatisch uns das hier versperren. Wir können niemals dann da durch. Also, ob das uns überhaupt was bringt, diese Info, die wir gerade eigentlich sehr gerne angenommen hätten. So funktioniert es ja nicht, ne? Das ist halt wirklich dann wieder dieser eine weiße Punkt. Es würde zumindest Sinn machen, dass wir dann da unten durch kämen. Aber wir kommen da... Also, wir kommen mit unserem Punkt da nicht unten durch. Gleichzeitig schaffen wir es aber auch nicht, irgendwie dann so entsprechend was zu... Oh, ho, ho, ho. Moment, 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 Moment. Wir können... Weil, wer sagt denn, dass das komplett unmöglich ist? Wir können ja nur wieder zurück in unser Ding gehen. Aha. Aha. Also, wir können kurz rüber. Aber entsprechend halt nur kurz eine Linie fahren. So vielleicht? So wäre jetzt komplett damit gearbeitet. Aber das Weiße ist immer noch zusammen. Das ist immer noch schlecht. Hm. So. Nee, nee, da wäre... Da ist wieder dieser eine... Na, außerdem sind hier auch zwei. Die nicht voneinander getrennt sind. Aber das Weiße kriegen wir nicht wirklich raus. Kacke, verdammte. Fluch, fluch, fluch. Na ja, allein durch diesen Bogen kriegen wir das nicht raus. Was sagt denn die Lösung? Auf den ersten Moment will die Lösung mich, glaube ich, verarschen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Die Lösung hat eines verraten. Das, was wir bereits wussten. Die Kopie wird nicht durch die Stange aufgehalten. Aber wer sagt denn, dass wir links unten anfangen müssen? Wir können auch hier anfangen. So, weg mit der Lösung. Alter. Boah. Das sind immer so Gedankengänge. Man ist versteift auf etwas, aber... Ah. Verdammt nochmal. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Jetzt können wir das da einfach ausgrenzen. Das können wir ausgrenzen. Das ist schlecht, was wir da gerade machen. Das ist ganz schlecht. Müssen wir das Ganze so machen. Nein! Nein! Daher, ihr könnt sehen, ich habe nur wirklich das Wichtigste aus der Komplettlösung mitgenommen. Weil ich habe nicht mal die Lösung mitgenommen. Oh Mann! Wie geht denn jetzt das da unten dann? Ähm. Mist, 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 Mist. Wieso? Okay. Aber wenn ich so mache, geht es doch eigentlich nicht, oder? Nee, jetzt ist wieder das... Jetzt ist wieder das mit dabei. Achso, ich glaube, wir müssen das... Das Ding hier ausgrenzen. Ja, das geht aber nicht. Wie soll denn das gehen? Achso, Moment. Ich glaube, so könnte es gehen. Ja, das geht. Oh, okay. Okay. Alter. Verdammt noch mal. Das... Das war jetzt hart. Das war jetzt eine... Schwier... Oh, vor allem eine sehr schwierige Geburt, ey. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, ne? Dass da natürlich schön brav drunter auch noch entsprechende Punkte sind. Habe ich mir schon gedacht. Verdammt. Wieso? Wir müssen also fast komplett dann so hochfahren. Wir müssen die Teile fast so voneinander trennen. Jetzt müssen wir halt nur irgendwie es schaffen, das so zu trennen. Okay, das ist relativ einfach. Und das wäre jetzt zu einfach, wenn das funktionieren würde. Nein, das funktioniert nicht. Wir müssen eben hier noch voneinander trennen. Aber wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren? Aus welchem Winkel sollen wir das Rätsel lösen? Vielleicht aus dem? Dann können wir es aber nicht setzen. Aus dem? Das wird vielleicht gehen. Jetzt ist wieder Winkel angesagt, ne? Was müssen wir uns denn merken? Das sind je... Also so wären nur weiße Punkte darunter. So. Das würde funktionieren. Wieder nur weiße Punkte. Easy. Das war jetzt halbwegs einfach. Und was zum Geier. Jetzt müssen wir wieder mit Kopien arbeiten. Äh. Okay. Wo sind denn überhaupt all die Punkte, die wir durchfahren müssen? Aber das ist dann das letzte? Ja, das ist dann das letzte. Oh, dann sind wir endlich weiter. Ich glaube, das Spiel sollte eigentlich... Oh. Okay. Two major schools of Zen exist in Japan. The Rinzai and the Soto. Both have the same goal of seeing the world unmediated. But their approaches are different. In the Soto school, the emphasis is on quiet contemplation in a seated position without a particular focus for thought. The method in the Rinzai school, however, is to put the intellect to work on problems that have no logical resolution. Such problems are known as koans. From the Chinese kongan, meaning public announcement. Some are mere questions. For example, When your mind is not dwelling on the dualism of good and evil, what is your original face before you were born? Others are set in a question-and-answer form, like, what is the Buddha? Answer, three pounds of flax, or the cypress tree in the courtyard, to name but two of the classic responses. According to tradition, there are 1,700 such conundrums in the Zen repertoire. And their common aim is to induce a kind of intellectual catastrophe. A sudden jump, which lifts the individual out of the domain of words and reason into a direct, non-mediated experience, known as satori. Zen differs from other meditative forms, including other schools of Buddhism, in that it does not start from where we are and gradually lead us to a clear view of the true way of the world. It is not a progressive system in this respect. The sole purpose of studying Zen is to have Zen experiences. A sudden moment, like flashes of lightning, when the intellect is short-circuited and there is no longer a barrier between the experiencer and reality. David Darling, 1996. Das sind Sachen natürlich, die, die da hier immer loslassen, das ist ja der absolute Wahnsinn. Das haut einem wirklich das Hirn weg. Was sich aber weniger das Hirn weghaut, ist das Ende dieser Folge. Ich bedanke mich vielmals fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.